Blutdurst. Keine Hoffnung. Keine Heilung. Kein Problem. Die Rettungshelfer sprachen von einem Militäraußenposten nördlich von hier. Herzlich Willkommen zurück zur neuen Kampagne Left 4 Dead. Diesmal Blood Harvest. Oder auch Blutdurst, wie sie im Deutschen genannt wird. Ach geil. Ich würde voll gerne in Third Person spielen, muss ich ja sagen. Ah, herzlich Willkommen, sorry. Wieso haben wir eigentlich nur drei Schlafsäcke, obwohl wir zu viert sind? Ja, frag mal. Weil ich immer mit dem Francis alleine in einem schlafe. Und vor allen Dingen, warum bin ich so schnell, als hätte ich Adrenalin geschluckt? Krass. Weniger Drogen sollen helfen. Also es fehlt hier gerade so ein bisschen der geschichtliche Übergang, denn in der letzten Kampagne sind wir ja mit dem Flugzeug davongedüst. Es gibt aber ein paar Add-on Kampagnen, die das eigentlich erklären könnten, glaube ich. Naja, egal. Auf jeden Fall. Flugzeug ist abgestürzt. Pilot war bestimmt wieder ein Zombie. Ich hab den bestimmt wieder abgemurkst. Hm, das ist so ihre Art, auch wenn er kein Zombie war. Ja. Hier. Vertrauensprobleme und so. Oh, ich muss unbedingt herausfinden, wie man in Third Person gehen kann. Es muss doch möglich sein, das Spiel in Third Person zu spielen. Äh, ich denke mal mit einer Modifikation. Ich glaube, normal geht's nicht. Die Machete ist bei mir jetzt. Du hast ein Teufels-Mädel auf deinem Arm drauf. Oh ja. Ist ja witzig. Ich steche euch die ganze Zeit so ein Halo-Energieschwert ins Gesicht. So, wollt ihr mitkommen? Also bei mir ist das eine, eine, äh, ein Tomahawk. Ein Stehlandes, das sieht richtig gut aus. Dann stecke ich euch das ins Gesicht. Hm. Das mag ich ja. So, es geht durch den Wald. Schön hier eigentlich. Zoe hat da so, hat da so Knöpfe auf, hat da so ein Steuerkreuz. Zombies. Zombies. Sind Zombies im Wald. Die wachsen hier wie Pilze. Wie Orks. Orks sind ja Pilze. Kommt drauf an, welche Erziehung man glauben will, aber. Also bei Warhammer 40k sind Orks, äh, eine Pilzen-Güse. Was witzig ist. Entschuldigung, du hast eine größere Hitbox, als ich dachte. Oh. Char-Char. 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 Danke. Jo. Das hat mich schon nur... Weil einfach nichts sieht. Jockey. Noch. Ich hab hier richtig... Alter, der Anfang geht ja schon wieder. Ah. Jockey lebt übrigens noch, glaube ich. Nee, Louis hat ihn getötet. Oh. Ups. Am zwei den Kopf verloren. Ich bin voll überfeuert, gerade. Danke, dass du an mich gedacht hast. Naja, ähm, nachdem die letzte Kampagne so affig gut lief... Muss die Waffe ja nicht. Irgendwird das so kacke. Wobei wir gar nicht so viel Zeit haben. Wir haben nur einen 2-Stunden-Rahmen für die ganze Kampagne. Also ein bisschen beeilen sollten wir uns doch. Hier die Brücke runter. Runter? Da ist manchmal ein Smoker. Achso, drüber. Na, die Brücke führt ja so ein bisschen runter, deswegen runter. So, ich war gerade überlegen, ob ich genau wegen dieser Aussage einfach mal die Brücke runterstricken. Ja, mach doch bitte. Das ist jetzt gute Tradition, Ford. Ja, okay. Wenn mich jemand retten kommt. Louis macht das bestimmt. Ich bin jetzt einfach so runtergesprungen. Also einfach, weil... Moment, ich helfe dir gleich. Du bist aber nicht auf den Boden gelandet. Ich höre hier übrigens was Böses. Was Dickes. Ja. Da. Hab ihn. Ist hier irgendwas Cooles drin? Super Sache. Smoker, Smoker. Ich verstecke mich auf den Klo. Hast du dir gedacht? Hater sind Konservenbogen. Hast du den Smoker schon? Ja. Also Louis hat ihn. Wer hat ihn mir geklaut. Hier ist auch ne Axt. Char-Char. Hä? Äh. Wo? Oh. Da. Auey. Mir geht's irgendwie gar nicht gut. Ja, mir haben wir auch. Hier liegt noch Kuma, Galle. Kuma, Galle. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich glaube, ich muss kotzen. Wie? So, ich heilig mal Galle. Stimmt wegen der leckeren Galle. Ja, mach ich nütz. Ich muss heilen. Wie leise sind da unten. Hey, ich hab Brandmoney gefunden. Hier liegt Brandmoney übrigens. Nasi, da liegt bei mir nicht Brandmoney. Jo, hol ich mir gleich. Außer ich heb sie auf. Aber dann nimmt sie nachher du Louis das Smidipack. Okay. Aber ein kleines Schluck. Wollen wir die jetzt schon nehmen? Rande. Äh, Jockey. Jo. Anfang. Boah. Ich kam plötzlich von allen Seiten so. Ich war voll. Oh, äh, was? Charger. Hier, jetzt. Ich bin im Gebüsch übrigens. Ja. Und ich kann nichts sehen. So. Aua, aua, aua. Ach, Louis. Wer hat den denn erwischt, den Charger? Der hat mich erwischt, auf jeden Fall. Weiß ich halt gar nicht. Danke, du hast was gut. Oh, jetzt bin ich schon wieder halb tot, ey. Die Aufnahme fängt ja gut an. Hier liegt ne Axt. Hier hab ich schon. Hier ist, ach, Alter, ernsthaft? Danke. Was denn? Der Louis hat gerade den Smoker erledigt, der mich hatte. Laservisiere. Geil. Warte, bitte noch nicht. Ist das schon der Safe Room? Das ist schon der Safe Room. Aber bitte noch nicht schließen. Bitte nicht schließen. Bitte, bitte nicht. Ich will erst was wissen. Ich will mich erst mal eben heilen. Ja, ich will einfach wissen, ob hier meine Lieblingswaffe liegt. Dann würde ich nämlich für den Wunsch. Äh, Hunter? Verdeckung, ich heile. Hoho, Verbandzeug. Ja, nee, ist richtig. Danke. Huch. Äh, warum habt ihr mich eingesperrt? Damit du nicht weglaufen kannst. Anscheinend, ja. Ich will noch ein Zombie haben. Nimm die Pfanne. Fuck. Es war mir so klar. Ich wollte nur ein Zombie haben. Danke. Ich komm wieder schon. Darf ich zu machen? Ich muss noch ein bisschen Leichen schänden. Ich will auch. Folle die Träcke. Wollten wir uns nicht beeilen? Ja, stimmt. Äh, erstmal hier lesen, ja? Wir besuchen das. Vielleicht hast du das. Ich habe nichts gemacht. Ein Halt und komm zu Echo. Für Evac, für ein Safer. Mach die Scheiß-Tür zu. Any Swarm-Farm ist kritisch. Huch, ich fühle mich furchtbar. Charger können ein gesamtes Team platt machen. Sobald ein Charger eigentlich... Oh, guck mal, ich bin allgemein... Du weißt, wie schlecht wir sind. Was soll das denn heißen? Nur weil ich einmal besser bin. Ja, dann sind wir schlecht, weil du... Nein. Wir hatten beide nur 27. Und ich hatte 30. Das ging aber auch diesmal echt fix wieder. Die erste Karte jetzt. Und ihr habt draußen... Ich wollte noch mal sagen, ich war die ganze Zeit im Safe-Room, während ihr draußen noch Zombies gekillt. Ja, draußen war gar nicht viel. Ich war die ganze Zeit ein bisschen zu bessern. Ja, ja. Ja, ja. So ist das. Ich verbinde mich mal kurz. Pfanne! Warte mal kurz! Hallo, die Train-Trax. So, wollen wir Tschüss sagen? Äh, ja. Tschüss! Halt, halt, halt! Follow the Trax. Erst gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes liegt. Ähm, Safety. Hier ist Nord-Echo. Da ist noch ein Text, warte mal. Anybody left. Ähm, der Army ist stuck up in Nord. There is still taking immunes. It's the only evac for miles. Follow the train-trax. Newborg is doing helicopter-evacs. Two safe zones. Okay, passt. Da ist nicht so interessant. Wollen wir? Jo, dann Tschüssi. Bis dann, tschüss. Ich sage dazu nur Schlitz und Schrick.